Liebe Freunde, im Zuge unseres gemeinsamen Kampfes gegen das Corona-Zwangsregime, Seite an Seite mit hunderttausenden Bürgern, durfte ich viele herausragende und mutige Persönlichkeiten kennenlernen. Eine sehr prägende davon ist Jürgen Wirt Anderlan, ein waschechter Tiroler, der sich mit Rückgrat und Charakter unermüdlich für unsere Grund- und Freiheitsrechte, für die gewohnte Normalität, die uns die Regierenden nehmen wollten, eingesetzt hat. Ohne Menschen, die den Mut haben, sich auch mit den Mächtigen anzulegen und ohne Abstriche an der Seite der eigenen Bevölkerung zu stehen, hätten wir das Corona-Regime, hätten wir den Impfzwang niemals zu Fall gebracht. Die Gefahren für unsere Grund- und Freiheitsrechte, für unsere Souveränität und Selbstbestimmung sind noch immer allgegenwärtig. Daher sind Charaktere und Persönlichkeiten, wie er einer ist, die sich dem entgegenstellen, wichtiger denn je.